So, hier einer aussteigen, Boot holen, go, go, go. Und da wird uns auch noch mal Party. Ich loote hier kurz um die Küste, weil ich habe nur eine Pistole. Ja, ja, die weißt aber schon, Zone ist gleich, ne? Ja. Jetzt das Boot wollte ich mir eigentlich holen. Ich kehr die Bots, schieß sie mal runter, bitte. Da ist Sky, hier ist Sky. Da ist Sky, da ist Sky. Ich hab sie. Ich hab sie. Dass ich die Scar hab. Hier. Ich bin die Scar, nein. So, jetzt mach mal die Schlechtung so auf. Ja, ich hab die Karte. Hab zum Tesor. Ich mach den auf. Und dann, ich höre schon mal die Luftschrauber, kommt ihr dann aufs Dach, bitte? Ja. Ja, okay. Hab der aufs Dach aufgeschossen, ja, nice. Ja, die muss auf dem Boden suchen. Die liegt nicht irgendwo im Kissen. Kommt aufs Dach, dann bitte. Ich hole kurz den Upschrauber. Okay, ich hab dann sogar nicht. Ich komm aufs Dach. Ich komm auf. Ich komm auf. Ähm. Ja, lass mich mal bitte fliegen. Einstecken. Ah, ich komm. Geppi! Nein! Ich hab dann sogar. Was ist ein Dodo? Ja, weiß ich auch nicht. Was ist ein Dodo? Oh, da hat Pascal einfach mal 10,99 Euro gespendet um 22,38 Euro. Vielen Dank, Digga. Knapp. So. Leute, wo sind die Lamas? Wo sind die Lamas? Du hast einfach vorhin zwei Lamas gefunden, obwohl ich so drei Wochen ungefähr keine Lama gefunden hab. Du musst mit dem Upschrauber fliegen, du findest es so einfach Lamas für den Upschrauber. Du. 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 Dann Tagschaure Pulsecha visual. Wir. Von der Seite kann ich nicht schießen. Ein larmes Essen. Oh, das ist Hass walter4at. Doch, das haben wir ja heutege place'! ich alles nicht dass hier ist ganz schuss ab so einstieg noch ein bisschen ja ja das ist was uns geht nämlich damit wir ohne typen dabei ob die beim bus event wiederbeleben oder geschossen erhalten welchen ja wir gehen auf die open high ground der leitung der andere typ ist ja komplett los geht auf das andere team ist noch was mehr leben hat oh mein gott man im mini gar nicht am start ist immer noch ein schrauber läuft alles und halte ich hoch das gab es ja nicht oder wird kommt wieder die nächsten kommen die nächsten die ist in der box der ist in der box drin der ist in der box drin der ist schon jetzt hinten geparkt wurde ich meine ganz gut hier wenn wir auch mal sind noch mini ist wenn ihr die minis partie dann geht drauf das wirklich dass ich mir meine minister egal kommt einstieg 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 wo sind der typ im wasser den ihr gesehen habt ich glaube da ist eine wo wir gut mal hier ganz kurz die kiste der shop bot ist übrigens richtig nice er hat auch extrem viel geld gekostet haben wir extra für mich programmieren das ist noch ein lama oder nächstes kein lama dann ist kein lama das holz hier das misty großen saun wo man das lüge schnell müsste kornlob ist mal richtig und wo sind wir können die noten das schnellen ich bin kurz richtig ich auch das schnell holen und umgleich den neuen schrauber ich halte nur schrauber der luft einsteigen können hier in einer runde das andere wurde geöffnet ich wollte stein und holz und dann holen wir uns noch ein bisschen ich bin hier in der luft und warte wer noch nur live braucht das ist ganz schnell ganz schnell einsteigen 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 das ist wirklich los geht's los geht's los geht's ich nehme die runde auf ich habe auch zu wenig holz natürlich aussteigen und die ganzen bäume ab wenn die müdezeit zum muten das müsste ich wenn ihr wett nicht bitte die selbe bäume abbauen wie die anderen ich kann auch noch die pilze ich baue mal jedes haus und hier ist noch pilze karte du brauchst ja ich kann dann auch jetzt ich brauche nur einige zwei so habe ich mir jetzt hier überwächsen hat wenn ich mir einen kopf kratzer dann ist so wie man es hat ihr denn jetzt mit derweilung geholzt habt ihr denn 451 ich habe alles ich hole ich mit dem schrauber kommt aber weiter ich will mit dem schrauber geht in die sonne rein geht in die sonne reine fahrt in der sonne ich hole nicht im wald beim bald kann ich euch nicht einsammeln koko komandier komrand 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 schnell anstecken 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 mein gott wenn ich die nutze kaputt machen um ein gott und mein gott und schaffst der welt ja nicht mehr um 23 uhr und dann kommen wir nun crazy immer uns mal schnell natürlich mal unterschießen wenn wir in der luft sind und ein jump hat und gebaut wir sind one shot deswegen jetzt mit tiefer und ich habe einen jump hat sich gerade okay ich habe auch ein jump hat die die was los hier und das andere noch die spieler wc so einsteigen ja du hast noch gar nicht runter geholt kathy bist du langsam ich dachte du hast drei loot crates gelootet hier holt euch das mal schnell wir gucken hier dass keiner kommt ja nichts nee nee geholt euch mal loot crates nee alter was ist das mach für dich auf hier komm dann kannst du hier winne den loot so geholt meine damen und herren so jetzt gehen wir auf den berg gehen das den höchsten punkt sind noch immer drei gegner ja wir die wissen auch was nicht geht werden wir noch mal darüber gehen auf den höchsten punkt hier dann müssen nicht den berg und auch nicht in die klasse schießen so einmal aussteigen und ohne gewinnen leute ich musste gestern abend mit space dann auch noch mal ein hühnchen rupfen okay ich bin auch er und so ja wo sind die denn ja ja die sind die müssen immer von uns sagen ich brauche heute mal hier den ganzen einer hat hier oben ja einer hat übrigens im stream heute geschrieben dass du deine abos alle gewartet hast definitiv auf jeden ja das zum thema ihr betrunken die gegner kommen medis und jungs noch zwei ich glaube ich glaube ich glaube ich habe gerade ich habe die schlechteste zeit gehabt und eine wohnung zu suchen und umzuziehen jetzt setze gerade jetzt sind viele leute mal angefangen mit fortzeit das heißt jetzt kannst du noch mal richtig viele neue zu deinen videos bringen und das ist extrem schade dass ich jetzt umziehen muss ausgerechnet in der zeit weil das hat mich echt drei monate gekostet wohnungssuche umziehen wohnung ein gerichtet aber das wird schon wieder leute wird dann dahinten ja da wird einer sind die alle drei alleine waren dann weiß ich auch nicht weiter jetzt bleibt lässt jump es und dann kriegt aber rum und guckt wo der ist ich mache ich mache ich einfach mal was da und an und noch irgendwer haben am ende die letzte tun oder so wir haben alles abgebaut und so kein gegner einer war noch da und am ende ist irgendwann gestorben nach zehn minuten oder so ich höre was ja ich höre in der sache um ein bord all das steht er hat die mini ich hab kein erzten facken mir nicht und mann und mann er geht nicht er geht nicht ich hab ihn gg guck mal an was der looter der hatte das